und willkommen zurück zur nächsten Folge noch nicht die letzte Folge Left 4 Dead 2 ich komme noch, ich komme noch zwei Kapitel, das heißt dieses hier und das letzte gehen wir zu M60 nein M60 jetzt gehen wir zur Army ja ich habe kein Medikit Leute ihr habt mir er hat mir kein Medikit da gelassen er hat sein er hat sich selbst verarztet so 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 ich finde nicht cool also bei den gepanzerten Zombies sind wir nach ähm an den Rücken ich war gut jetzt weißt du es noch mal Lade nach ich höre ein Hunter Lade nach Lade nach Waffen Lade nach Lade nach Lade nach Lade nach Lade nach Lade nach läuft rum basketball ulu Uh, Brat-Munition. Ah, nein, es gibt ja Granaten. Ah, Tröger! Ha, er mag dich jetzt lieber ausmischen. Waffe! Sehr schön, nein, danke. Danke, ja, danke. Nein. Ich habe gerade viel. Ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand, na... Aber hier kommt theoretisch immer fast immer ein Tank. Tabletten, ladet! Okay, das sollte ich mal reichen. Wir haben heute gewöhnt, heute kommt keiner. Heute kommt keiner. Hört auf damit! Und zwei Sekunden später, bam, tot. Tot durch Tank. Wie man schon wieder. Hier kommt der normalerweise immer. Nein, der Jockey hat ihn vertreten. Und ein Boomer! Dein Freund und Helfer. Ja, so ungefähr. Ja, ich mag's. So, angekotzt zu werden, macht, macht doch ein bisschen Spaß. Wir werden doch jetzt mal aufhören, auf uns zu schießen. Wir sind Freunde und Helfer. Also, wäre ich an ihrer Stelle, will ich das auch machen. Ja, ich weiß. Ich werde auch wegen sie zu treffen. Ja, sie treffen auch fast, die Gebäude. Immer wieder gerne. Okay, wer geht den Schalter betätigen? Upsa. Okay. Aufs Dach. Ich hab jetzt unheimlich geleckt. Wie jetzt auch, da ist es nicht gut. So, aber nett hier. Moment, ich mach hier noch, äh, Sprengmunition, ja. Ich geh mal anmachen. Gut, der Platz. Nein, ich nicht, aber mega. Ich weiß nicht, welchen Film du bist, aber ich denk an was anderes. Ach, da höre ich ja weh. Dann wieder ein Boomer. Nein, ich glaube ein Hunter. Na, ich renne noch da rein. Come on. Scheiße. Gern geschehen. Mann, das war, das war knapp, Junge. Ich weiß. Hast du Pillen? Mann. Okay. Okay, hier runter. Uh, Adrenalin. Danke, benutze ich auch nicht. Molly. So, jetzt. Ich glaube hier runter. Ich bin hier runter. Ja, ich bin hier durch. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Minipack. So, das benutze ich schon mal. Ich glaube du hättest Besseres zu benutzen. Was meinst du damit? Du bist fast tot gewesen. Ja, gar nicht halt. Ach, nö. Nicht weinen. So depressiv ist das Leben denn auch wieder nicht. Doch, ein bisschen. Auch als Zombie. Wir hätten einen Grund zum Heulen, aber doch nicht die Witch. Na ja, sie kann auch einen tausend Fetzen zerfleddern. Wer nicht. Du wurdest gezümmelt. Hat aber nicht viel gebracht. Wie hat es sich angefühlt? Scheiße, die Wandern. Schon wieder? Wirklich? Ja, ja. Oh, hier unten ist Munition. Also, kommst du jetzt oder? Ihr könnt mir ruhig mal helfen kommen. Ja, sie sind runtergegangen. Danke. Gern geschehen. Sehr nett. Das kostet nächstes Mal was. Ach so? Mal schauen, ob hier was ist. Nö, glaube ich nicht. Zombies. Sehr viele Zombies. Rohrbomben. Hier ist gar nichts. Aha. Wolltest du rein? Wolltest du rein? Ja. Die Brücke. Rohrbombe. Nice. Wow, das hat funktioniert. Ei. Wie die fliegen. Ja. ja so jetzt müssen wir nur noch hochkommen ach nene da hinten ist noch eine und ein Hunter auf mich ja und du schmeißt die Rohrbombe gleich nebendran ich kann mit dir reden siehst du jetzt schläft sie ein eine Weile eine Weile Schutzraum Schutzraum dann kommt die Brücke und dann kommt die Brücke ja als letzter Part ja ihr habt richtig verstanden Leute als letzter Part ah leck nein danke die nächste Folge ist fertig das wird wohl nur ein 5 Minuten Part oder wenn schon höchstens 10 Minuten Part nächste Folge also habt Spaß schaut rein abonnieren kommentieren wenn möglich auch liken ja bis dahin trübio 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 dann ja ja ja